Ah, ich bin so dämlich, konnt ich schon. Schuze, ich bin so dämlich, ich bin so dämlich. Los, Digg, ja. Jindo Back, meine Freunde. Was geht ab? Heute ein neues Video zu der DMR14. Ist die DMR Zone Back? Also, ihr erkanntet damals, äh, die Schwierigkeiten. Jeder hat die DMR gespielt. Alles wurde gelasert. Ist das nach dem mit Season 5 Update immer noch der Fall? Das ist die Frage und meiner Meinung nach die DMR ist wieder spielbar. Die DMR ist also mir persönlich super Spaß gemacht. Am Ende ein klasse Setup dazu, falls euch die Highlights gefallen. Und ja, viel Spaß damit. Also, Luftstandastiel markiert. Tschüss. Hallo Kübi. 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 Geht'sstab? Ich glaube Kurt ist der einzige Non-Meistersmitglied der Kneipe reingehen kann, ja? Er kann nicht. Er was machen kann? Echt? Ich wusste gar nicht. Ich hab seine Mutter am Arsch gefickt. Ich hab seine Mutter am Arsch gefickt. Die pushen mich alle. Heid. Er kommt hoch. Push in Heid, push in. Die fucking Maschine. Er war Quartett gemacht. Heid ich hab jemand geholt. Wie? Ich hab da hinten hin gedacht. Die Bogen. Ich hab jemand auf dem Auto geholt. WTF? Was ist denn jetzt los? Aim what or what? Was ist denn jetzt los? Ah nein, hier! Lesser 1 Schnell, schnell, schnell Einer ist aber auf der Kette, dem noch so Einer ist auch noch ein Ich bin der Kette, der Bete. Ich bin der Kette Auch bei den Kette ist Guck mal, Digga! Dem er seine Mutter gefehlt! Guck mal, Digga! 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 Oben auf dem Dach ist einer, ne? Ein Central-Jander, die er geballert. Guck mal, Digga! Guck mal! Ich bin ein Mann, ich bin doch... Ich bin ein Fett, doch... Ich bin ein Fett, aber das ist doch... Ich bin ein Fett... Ich bin ein Fett... da ist sie noch hinter ach legt mich doch Ich bin noch am Arsch. Ich weiß es nicht. Nein, noch mehr. Auf dem Dach. Ich gucke direkt aufs Dach. Er ist tot auf jeden Fall. Er ist eh tot. Ich habe nur eine Finnick. Er ist direkt von dem Dach. Nice. Nice. Junge Dicke. Drei Runde hintereinander. Let's go man. Servus. Das Ding ist so. Ich habe übermorgen links. Also meine Cousin hat Verlobung. Übernicht. Übernicht. Warte da drauf. Ein Hit. Ein Hit. Ein Hit. Ich bin aus Rumänien. Ich bin aus Rumänien. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Wie spiele ich die DMR 14. Und zwar spiele ich die DMR 14. Mit der Kombination der Bullfrog. Weil die Bullfrog finde ich ist eine richtig geile Supporter Waffe. Für eine Long Range Waffe. Und ja die DMR 14 spiele ich mit dem Agency. Schalldämpfer. Letzte Mündung. Lauf zock ich den Titanlauf für die Schussrate. Bei einer DMR. Ein Schuss DMR auf jeden Fall sehr wichtig. Visier. Axial Arms 3er Visier. Wie immer. Standard. Unterlauf zock ich den Feldagrin im Griff. Weil ich finde wenn man eine Einschusswaffe hat. Muss die sehr sehr präzise sein. Damit sie nicht verzieht oder sonstiges. Ja. Horizontal. Vertikal. Rückschutzkontrolle. Ganz wichtig bei der Waffe. Und dann zeug ich Standard 40 Schussmagazin. Allerdings. Sollte ich denke ich auch 30 Schuss reichen. Dann müsst ihr euch entscheiden was besser ist. Und ja. Dazu zeug ich kaltblütig. Overkill. Eifrig. Die Bullfrog. Verlinke ich euch in den Kommentaren. Wenn ihr wissen wollt wie man die Bullfrog spielt. In die Kommentare. Und dazu zeug ich Betäubung. Ich habe mit Head Schlagsensor gespielt. Aber ich finde irgendwie. Wenn man zu dritt oder im Squad spielt. Ein Head Schlagsensor reicht. Ja. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Ich küsse euer Herz. Danke dass ihr mich so supportet in letzter Zeit. Joa. Wenn ihr das Video seht. Bin ich eventuell live auf Twitch. Also Twitch auch abcheck. Kuss.